Ja, hallo, wir haben wohl lange nicht zueinander gehört, was? Der ein oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, so, sag mal, Superfacts, wo zur Hölle bleiben eigentlich neue Videos von dir? Und ja, ich muss mich voran einmal entschuldigen, dass nichts von mir gekommen ist und ich auch nichts irgendwie gesagt habe in einem Infovideo oder so, aber ich habe in letzter Zeit, in den letzten Wochen einfach nicht besonders viel Zeit gehabt und wenn ich mal Zeit hatte, habe ich keine Lust gehabt aufzunehmen. Und zwar einmal, das erste Problem ist, dass ich momentan in der Klausurphase bin, also jetzt die nächsten Wochen werden jetzt wieder angenehmer, ich habe die Klausuren, die ich jetzt in der ersten Welle schreiben wollte, hinter mir, es kommt noch eine zweite Welle, da werde ich dann aber vorher mal ein bisschen Bescheid sagen und der zweite Grund ist, dass ich momentan einfach sehr viel Real Life habe und nicht zum Aufnehmen komme. Das heißt, ich bin eigentlich den Großteil der Zeit gar nicht zu Hause, sondern an der Uni oder bei Freunden oder irgendwie weg. Und ja, aber mir geht es gut und ich bin gerade einfach belegt mit anderem Zeug. Aber ich denke mal, dass diese Woche endlich mal wieder neue Videos von mir kommen werden, denn wie gesagt, die Klausurphase, also die erste Welle ist jetzt vorbei, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit. Das wird wahrscheinlich nicht morgen sein, vielleicht auch nicht übermorgen, aber im Verlauf dieser Woche, also bis Freitag würde ich, möchte ich noch was aufnehmen und hochladen. Ja, und ich habe sogar eine Sache verpennt, ein kleines Jubiläum und zwar ist mein Kanal hier schon über ein Jahr alt mittlerweile und ich mache seit mittlerweile über zwei Jahren Let's Plays, denn der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich mal einen anderen kleineren Kanal vorher hatte, auf dem ich aber nicht so viel gemacht habe, aber wenn man es so will, ich habe vor über zwei Jahren mein erstes Let's Play gemacht, das ist ein Grund zum Feiern und es gibt sogar einen zweiten, ich habe fast 100 Abonnenten und mal schauen, vielleicht überlege ich mir was, ob ich was dazu mache, ich bin mir noch nicht sicher, weil eigentlich bin ich nicht so der Fan von Jubiläen oder irgendwie solchen Besonderheiten, weil ja, das ist halt eine Zahl, aber was bringt mir das jetzt, ne? Aber mal schauen, vielleicht fällt mir ja was Nettes ein und ansonsten, ja, das wäre es jetzt eigentlich erstmal, ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich noch lebe und dass demnächst wieder was von mir kommt und ihr beruhigt schlafen könnt, ja, ja, mir geht's gut, sehr gut sogar, also ja, gut, ansonsten fällt mir nichts mehr ein, ich denke mal, wir sehen uns dann hoffentlich demnächst in einem weiteren Video von mir und ich sage dann mal, bis denn, ne? Ciao! Ciao!